Waren wir jetzt zwei oder drei geraten? Einfach nur basierend auf der Tatsache, dass die meisten Gadgets ja zwei- oder dreifach vorkommen. Ja. Hey, was spielen wir überhaupt? Ist das hier Bombe auch, oder? Ich glaube ja. Aber ich weiß nicht, wo da gerade die Bombspots sind, weil sie nicht im Ranked-Rainlist war. Ja. Ich glaube, das Braubord steht halt auch nur Standard. Waren wir uns hier sehen. Ich habe das Gefühl, dass es niemand da ist. Das ist Bombe. Ja. Also, Warden steht auch nur rum. Okay, gut. Ah ja, Strom haben sie schon mal. Ich darf nur noch zwei Tasten gleichzeitig... Hä? Hä? Irgendwas ist ja komisch. Du hast nur zwei Tasten gleichzeitig drücken. Ja, also wenn ich sprinte, kann ich nicht mehr strafen. Aber auch wenn ich dann loslasse, dann kann ich gar nichts mehr machen. So lange, bis ich Schiff loslasse. Das ist seltsam. Ja. Ich komme dann auch mal runter. Wieso runter? Ich wollte jetzt gerade hoch. Ich war noch im Turm. Ach soo. Alter. Alter. Okay. Wieder aus dem auf Kugel gekommen. Die Drohne gewechselt. Hab's nicht mitgekriegt. Und dachte erst mal so, ah, Phantom Drohne. Diesmal bewegt sich Mossy nicht, dafür Warden. Ja, der, der eben Warden gespielt hat, ist ja auch ausgepängt. Und der ist auch nicht wiedergekommen. Ach so. Ah, jetzt läuft Mossy auch rum. Okay. Sind denn da? Wow. Sind sie erdgeschoss? Oh Gott. Natürlich ist er da erst schon. War. Ja, guter Punkt. Okay, die Band hier ist ganz schön auf dem Grab. Da ist einer. Was ist da hin? Wow. Wow. Ja, 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 ja. Ah, klebt nur noch einer. Ja. Jetzt ist die auch noch vier. Weitere Waffenmagazine leer. Also, ich bin on side. Seht niemanden? Ja, ich bin, ich bin neben der side. Aber der Diffuserman kommt jetzt auch gerade rein. Ist sie irgendwo explodiert? Was? Nein. Alter, Scheiße. Was? Oh, jetzt hat das Telefon extra von das Ding geworfen. Damit nachgedenkbar. Na. Na, das war doch nicht schriegt von ihm. Na. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben League of Legends gespielt. Ich auch nicht. Deswegen ist es komisch. Irgendwo wurde schon geschossen. Ja. Von so. Ne, warte, sie haben Flüche geboren. Das heißt, wir sind sie nicht wieder. Na, oben wurde schon was gepinkt. Der Zweck ist immer, wo hier die Treppen sind. Hey, hier ist keiner. Nicht in dem Office. Ah, warte, da ist eine Elektrowand. Bei drei. Ja. Jetzt steht wieder einer nur doof rum. Diesmal ist das Clash. Wer lässt sich denn hier mal gepieken? Das freut mich auch. Ich meine, es ist das zweite Mal, dass es passiert. Ja. Okay. Ich habe Clash hier. Also, ich habe mir gedacht, ich gucke mal hier mit der Drohne rein, aber dann komme ich mal zu dir. Ja, da ist noch Worden. Worden ist down. Clash in der Mitte in der Ecke. Ja, wo bist du? Du bist da oben. Nein, 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 nein. Ich bin ein Chap. DSS. DSS. Also, ich kann hier Clash eigentlich nur ablenken. Ja, ich überlege gerade, ob ich sonst reinkomme. Ist immer noch hier. Kannst du hinter hier runter droppen? Da was? Bei dir? Ja. Puppe, lauf doch nicht weg. Ich habe hier nichts zu werfen. Dies in der Ecke. Ich glaube nicht. Ich wollte von der anderen Seite kommen. Deswegen sag ich hier, drop hinter hier. Zeitloch ist da vorn. Ah, ganz natürlich ein Scheißdingstär. Das. Nein, hier ist ja gar nicht das Ding. Ist ja da hinten. Wo ist er? Irgendwo hier im Nachbarraum. Ja, er ist genau gegenüber. Genau gegenüber. Oh. Ah, ich habe keine Claymore mehr. Ich dachte, ich habe neun. Nein, shit. Also, ich habe es auch mal mit Raustabben und sämtliche Modifier drücken probiert, aber bringt alles nichts. Ich werde wohl gleich das Spiel mal neu starten müssen. Ja, ist okay. Wollen wir mal machen. Das bringt halt meine Mobilität massiv ein. Ja, glaube ich. Was? Was? Also, ich bin gerade gesprintet. Also, ich habe Shift und W gedrückt und habe dann noch die mittlere Maustaste gedrückt und einmal wurde der Bildschirm schwarz. Vielleicht solltest du nicht nur das Spiel neu starten, vielleicht solltest du dann auch den ganzen Ecken neu starten. Ja. Ich bin mir im Nachhinein auch gar nicht sicher, ob nur der eine Bildschirm mit dem Spiel drauf schwarz wurde oder beide. Ich glaube nur der eine. Das wäre super seltsam, aber okay. Ja, also dementsprechend wurde halt nur das Spiel einmal schwarz. ADD mounted. Let them come. Ich bin theoretisch hinter ihm. Also, ich habe... Er war gesagt... Jetzt bin ich gut. Ist immer noch einer drin? Hui. Aber wo ist der letzte? Kein Schimmer. Achso, Blitz ist schon tot, okay. Und einer von denen ist ja auch wieder rausgeflogen. Der Blitz hat mich auf dem Boden an den. Links rum aus dem kleinen Raum. Wie links rum? Ah, da ist er. Die Richtung, in die ich gerade rausgegangen bin, aber er ist schon rum. Er ist gepinkt. Eins und zwei. Ja. Hab ich nicht gesehen. Uiuiuiuiuiui. Bisschen zu früh. Ja. Da ist die andere Bomber. Das heißt, ich will da anbauen. Oh Oh Drei Wände Ja Die Erkenntnis hatte ich auch gerade auf der anderen Seite Oh Oh Schön auch, dass wir Solace haben und Wow, da ist schon jemand drin Und hier gerade noch eine Drohne vor der Tür stand Ja, ich habe nicht das Gefühl Als hätte Solace viel Solace-Stuff gemacht Hm Das ist sehr schade Ja, aber jetzt hat sie Blitz getaggt also Ja Ich will hier überall rumgerenne Ja Ja, ich auch Aber es kann natürlich auch von unten kommen Ich stehe ja auf eine Tür Okay 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 Diese Waffe von Goyo ist auch Wow Jemand kann von hinten Nein Die sind schon an Zeit Wo sind die alle hingelaufen Also ich habe hier mit IQ gespielt Ja, aber das waren doch Das waren alle hinten in dem Raum Mit dem Projektor Deswegen habe ich den verlassen Können die alle gestorben sein in der kurzen Zeit Ja Also einer hat sich ja selbst umgebracht Ja, aber er hat ja wenigstens einen mitgenommen Ja Nicht wegkommen, wir schießen Oh Junge Einer ist noch da Hm, aber der haut erstmal seinen Ping raus Nice Nice Jo Gut Ich habe nichts gehört Bei mir gab es gerade einen Explosions-Sound Und bevor das Spiel entglücklich geladen war Hm Zahn Ähm Hier ist einer Und da ist einer Ähm Hier sind natürlich ganz viele Endungen Die sich einer kümmern Ja Okay Es ist auf jeden Fall nur das Spiel schwarz geworden Nicht alles Also es ist kein PC-Problem Das ist gerade schon wieder passiert Alter, was haben sie Wir haben so viele Jungs Warum bin ich der einzige Der irgendwo mal eine Wand verstärkt hat Der war ja gar nicht Perfektion, aber Wetter Dieitat Also, okay Was ihr, also du und Kapka susten rumgelaufen seid, andere Sachen gemacht hat Bitte Ja, das wär wahrscheinlich Das Problem der Operatorauswahl tatsächlich Also, bei vilk ist ja das Gleiche Äh Alter Wo kommen die immer so schnell her? Aber der Teamkill war witzig. Das war definitiv. Also ich habe den ja auf der Killcam gerade gesehen. Er hat angefangen auf mich zu schießen. Und genau in dem Moment läuft ihm jemand vor die Nase, den man vorher überhaupt nicht sehen konnte. Der ist rein und gleich durchgerannt. Ja, ich würde dir auch behaupten, die meisten Teamkills passieren dürfen. Ja. Was? Alter, ihr wollt mich befarschen. Na? Na? Aber wieso war die Runde da noch nicht zu Ende, obwohl er gedaunt war? Ja, ich weiß warum. Weil sich jemand sein verdammtes Rookschild nicht genommen hat und der Typ sie hatte. Ah.